Aber vielleicht kriege ich das ja sogar noch irgendwie gewonnen. Oh mein Gott, fuck. Eine 4 und die andere 7, okay, die anderen 7, ich 4, mhm, wird schlecht aus. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video, ich möchte euch geschwind zeigen, wie ich live die Dinge gezogen habe und wie ich reagiert habe und vor allem wie ihr reagiert habt. Der Chat, diese AWP, diese krasse, die ich gerade eben, hey, achso ich darf ja noch nicht schießen. Und zugleich verbinde ich es noch mit der aktuellen Dummdüttel Challenge. Ich muss die Runde gewinnen, wenn ich es nicht tue, dann muss ich so Zitronenwasser trinken. Das ist aus diesen Zitronen-ähnlichen Dingern, so Zitronenkonzentrat oder sowas. Also ich trinke es nicht leer, aber ich muss ein paar gute Schlücke nehmen, sag ich mal. Ich darf erst anfangen, wenn der erste 3 hat, weil ich das letzte Spiel gewonnen habe und jetzt muss ich halt mit Handicap spielen. Es sind schon 2 auf Level 2, wie läuft's? Ja, also ich bende jetzt mal eben hier kurz ein, wie ich das Teil gezogen habe. Schaut vor allem auf die Kommentare, das ist so geil gewesen. Und natürlich auf mich, wie ich abgegangen bin. Clip up! Oh, die Rube, danke schön, dass du mich verfolgst. Ich habe eben eine Spektrum-Kiste gekauft, schaut mal. Und jetzt hole ich einen Schalüssel und natürlich ziehen wir die krasseste Scheiße, die wir jemals gezogen haben. Und zwar Spektrum-K-S-Key. Also ich kaufe den Key lieber sicher. Lieber sicher über die Kiste. Ich habe bei sowas immer so ein bisschen Angst. Open, Key kaufen, 2,40 Euro. Hört, hört. Achtung, Leute, seid ihr bereit? Dildo in meinem Arsch, was? So, bin wir da, Mr. Atrial, du, wie ich jetzt erfahre. Okay, wir gucken uns kurz die Skins an. Sieht scheiße aus. Geht schon, geht. Sieht gut aus. Sieht auch geil aus. Die sieht scheiße aus. Die sieht keiler-kacke aus. Die sieht scheiße aus. Die sieht aus wie diese andere, wie diese andere Fischwaffe. Die sieht mittel gut aus. Die sieht scheiße aus. Genau, das war die neue, die ich gesehen habe. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Die sieht mittel gut aus. Die sieht ultra nice aus. Die sieht auch nice aus. Die sieht auch nice aus. Nice, nice. Wir plädieren mal auf das Rare Special Item. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Rare Special Item. Oh, Leute. Fick die Wurst. Sind wir die Könige? Was haben wir denn hier? Guckt euch. Guckt euch. Kicken Rodekopp. Alter, er hat ein Life gezogen. Wo ist die Waffe? Leute. Minimalware, alter. Geiler Scheiß. Leute. Minimalware, danke schön. Wow, KZ, GG. Was? Ja, du bist der Beste. Richtig krass. Alter, Verwalter, Kinder. Ey. Was für eine geile Scheiße. Hyperbeast, du kannst erst mal abstinken. Junge. Sieht die geil aus. Ich muss mal kurz die Shader anmachen. Ich lasse aussehen. Sonst muss ich wieder hin und her stellen. Die ist ja richtig fett. Alle so, what? Krass, oder? Knife to meet you. Was, die ist 50 Dollar wert? Ohne Witz. Alter, Leute. Leute. Give me a name. Richtig pervers. 32 Euro. What the frick? Du Lacka. So viel Lack will ich auch mal haben. Sowas kann doch nur live passieren. Und da bin ich wieder back. Und jetzt geht's los. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, direkt beeilend. Ja, es ist jetzt direkt nach dem Livestream. Ich bin natürlich jetzt schon so ein bisschen neben der Spur, weil es sehr spät ist. Aber vielleicht kriege ich das ja sogar noch irgendwie gewonnen. Oh mein Gott. Fuck. Ja, naja, es ist ja noch keiner über die drei drüber gekommen. Also von daher habe ich, glaube ich, noch ganz gute Karten. Da ist der erste. Da ist der zweite. Oh, jawohl. Der dritte. Schade, ist nicht da. Ja, ein Bot. Oh mein Gott. Ich habe erst eins geschafft. What the frick, man. Das ist natürlich weak. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich hier, äh, ob ich das schaffe. Oh, da habe ich den nächsten genanzt. Ich bin schon auf Level 2. Mit 4 AP. Ab normal, Mann. Ah, shit. Er ist bei uns outside. Komm. Ganz schnell. Ganz schnell und gezielt die Leute wegnanzen. Easy, Mann. Oh Gott, er ist da schon seit 7. Oh, im Himmels Willen. Der ist schon über die Pumps drüber. Oder ist bei den Pumps. Das ist easy für ihn. Jawohl. Ach, komm. Nein, nein. Leute, Leute, ich brauche schnell Kills. Gott, ich spreche jetzt einfach rüber. Ich bin so verzweifelt. Ich brauche Kills. Uh, da kommt er von hinten, aber ich habe ihn noch. 4 und die andere 7. Okay, die anderen 7, nicht 4. Sieht schlecht aus. Ich glaube, es sieht echt schlecht aus. Auf der anderen Seite leveln die echt nicht schnell, die Gegner. Ja, er kippt mir direkt. Ja, nice. Oh, da steht einer. Ah, der durchgehen. Uh, Bot. Schwenenbot erwischt. Ja, Schweinerei. 3 Level vorne. Nein, 2. Jetzt sind wieder 3. Ja, nice. Den Kerl geholt. Oh yeah, Pump. Pump ist am Schlüssel. Wenn ich Pump jetzt schnell mache, habe ich gute Karten. Oh, scheiße. Kommt rein. Ich brauche Close Kills. Ja. Oh, fuck. Das sieht schlecht aus. Das sieht wirklich schlecht aus. Es ist immerhin 1.17 Uhr. Es ist ja schon recht spät. Und ich habe den 12-Stunden-Stream gerade hinter mir. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen beilen. Mein Girlfriend dribbelt verständlicherweise schon etwas. Aber sie schaut zu Glück noch aus, die California. Ja, nein. Er klaut mir den Kill. Shit. Er hat uns bei 12. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Okay, 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 komm schon. Nein. Na also. Ach komm, noch einer direkt hintereinander. Die waren doch ineinander dringend gestanden, ne? Okay. Komm. Oh, die geile Obd, die wir gezogen haben. Da habe ich sie schon in der Hand. Oh ja, natürlich. Sack. Okay. Jetzt kommt er gerade. Nein. Er ist halt gleich knife. Oh ja. Ja. Komm. Komm, ich brauche noch einen Kill. Ah nee, da bin ich erst mal zum 11. Oh Gott. Ich dachte, ich bin eben so ultra schnell hochgepusht. Aber doch nicht. Ja. Okay, 12. 12. Ja. Okay, 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 okay. 13. Ja. Ja. 14. Ja, 15. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt erreiche ich gleich mal eine Grenze. Komm, Road. Ja. Nein, nicht mehr gepindelt. Einer hat schon knife. Ah nee, noch nicht. Das war ich gerade eh. Nein, nicht davonlaufen. Ah, komm. Jo, knife. Nein, ich verliere. Scheiße. Aber Kinnab. Müssen zugeben. Das war Kinnab. Ja. Vielen Dank für alles, Leute. Vielen Dank für den ultra geilen 12-Stunden-Stream. Wir haben so viele neue Zuschauer eingesammelt. Wir haben so viele neue Livestream-Zuschauer eingesammelt. So viele Follower. Richtig edel. Es freut mich echt, dass es so gut läuft. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Diesen kleine Einbindum vom Livestream. Ah, shit, warte. Ich will jetzt ja nicht mitkommen. Ich habe ja jetzt schon verloren. Fuck. Ich werde ja nächstes Mal zur Dummdudel-Challenge diesen Scheiß trinken. Guck mal, ich habe meinen Rank resettet und jetzt habe ich diese krasse Ehrenmedaille bekommen. Ey. Mhm. Wenn euch dieser Skin brutal krass gefällt, dann müsst ihr es mir vielleicht mit einem Daumen zeigen. Anderweitig verstehe ich das nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin jetzt noch vorneweg. In der Saifel ist schon der Wache. Musst es ja noch schneiden und hochladen. Tiefel, Pumpeil und so weiter. Also, ich muss mich ran machen. Tiefel, Pumpeil und so weiter.